willkommen bei mal wieder und zu einer weiteren folge dead by daylight so ihr seht schon diesmal wieder dabei alle bekannte gesichter eigentlich julian dorfbrei und shadow hat ja extra gesagt ich brauche nur shadow sagen sonst würde ich nämlich was ach ich habe dingsbums hier auch wie heißt ja normal dass ich nicht sehe panikmacher okay und ist es der ordentliche also ich habe das jetzt irgendwie nicht gecheckt auf jeden fall ach so er ist schon was okay würde man sagen julian geht es auf jeden fall gerade richtig schlecht und das wird der wird ja da hinten also der wohl okay ja die frage ist jetzt mal erzählen was ich mache hat sich jetzt erledigt was was war das sind den jen kaputt okay alles klar juli ist abgehangen worden das ist schon mal schon mal schon mal gut ja weil du gut tunnelt hast jetzt hat sie abgebrochen oder was da ja okay jetzt jetzt die aktie dorfbrei näher und sonst hätte ich nämlich also gerade am anfang wo ich sagen ich schelle euch schon hat nämlich gesagt ich brauche noch schilder sagen sonst würde ich michelle yoga sagen oder yoga scheiß habe ich mir schon wieder nicht gemerkt das ist schlimm ist das nur das ist nur und wo es jetzt hier so ein so ein totem ich hasse es wenn ich kein totem habe ich hasse es wenn ich kein totem habe und bunds mit habe egal ich kann nicht einfach nur so nutzlos rumlaufen okay so julian ist auf jeden fall geheilt dorfbrei konnte abschütteln so aber wir haben noch null gens und julian ist schon fast tot also sieht eigentlich ziemlich schlecht aus ich kann mich nie heilen ok dorfbrei wir kommen dann versuchen wir den jetzt hier durchzuziehen mal gucken ich weiß jetzt war jetzt ein fernseher hier vorne an der an der mauer ich glaube ja da müsste ich nur darauf achten ich finde das irritierend hier mit so einer mauer ne ihr wisst ja wenn die über der blickwinkel irgendwie so ist dann dann ist es ja leiser hat man dann den killer immer noch gut oder hat man nur den und da ist immer in einer steigenden schon aber kommen bitte das mit dem feld machen bevor sie kommen weil wenn sie barbecue hat und sie ist es ja und kannst alter wie viele denn sie kommt hin war natürlich so dass sie mich sehen kann weil du getunnelt hast das aufpassen okay sie geht rein ja da war ich nicht so tür ist kaputt äh tü ist noch ganz alles klar na 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 da ist sie wieder da ist sie wieder da ist ein totem 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 muss ich mir einbringen ok ja ja ok ok 3 3 3 aber hat sie jetzt äh auch nein julien hat sie jetzt erwischt ja toll wo war jetzt das totem das war nicht hier ne nein das war nicht hier wo war das jetzt oh Gott vielleicht krieg ich ja mal eines julian komm 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 sie geht aber auch nicht zu mir ich hoffe ich konnte sie ein bisschen ablenken dass sie weggucken muss und vielleicht nicht weiß wo er hin ist natürlich wenn man es nicht braucht dann kriegt man so eine werkzeugkiste stopp stopp ja genau okay also der kommt mich da jetzt auf dem auf diesem kleinen sandhügel hier nicht heilen nicht dass du ruf der krankenschwester oder so hat anscheinend ist sie nicht mehr interviewer julian er macht videokassette julian julian genau dass wir diesmal heilen ein bisschen sicherheit okay also jetzt hat erwischt aber jetzt sieht es auf jeden fall schon wieder ein bisschen anders aus ganz am anfang noch gar kein gen fertig julian zweimal am haken jetzt haben wir zumindest drei jens fertig wenn sie barbecuert kommt sie hierhin nicht zu Julien ja ja weil du getollt hast ich muss aber auch langsam mal kurz diese komischen grauen striche beachten hat dieser status eigentlich irgendwie name wahnsinnslevel oder vielleicht sowas ne wahnsinn ist ja hierbei beim doktor ich dachte die gucke von links auf und nach rechts zu ihm ich hatte jetzt gar nicht gecheckt dass ich schon da war mein gott das sind meine reflexe nein shadow war das habe ich auch komm 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 shit ja das ist jetzt und julian ich sehe ja natürlich nicht so ein panikmacher hier so ja gut das dort ok wo ist jetzt oh nice nice dorfbrei hat fertig ok komm dann wenn sie wird jetzt nach hinten gehen das heißt wir machen jetzt einmal hier den das ding auf der dorfbrei hat erwischt ja gut dann müsste ich jetzt eigentlich genug zeit haben hat sie sich jetzt ok dorfbrei wird nicht mehr gejagt ja 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 was sie guckt jetzt wegen wegen dorfbrenner aber ich wollte ich wollte gar nicht raus scheiße ich wollte gar nicht raus ach super super er kann sich halt so und sie hat ja kein niemanden im tod also müsste 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 der escape jetzt hier hat sie jetzt gar nicht gesehen ach ja schade auch besser als als ich am anfang gedacht habe ja gut ich hoffe auf jeden fall euch hat spaß gemacht war mal wieder eine runde ich komme langsam auf full mit der näher urban collection und ja ich hoffe es hat spaß gemacht lasst ein abo hier ich würde mich auf jeden fall freuen langsam aber sicher auf die tausend zuzugehen und ja ich hoffe wir sind auch bei dem ich hoffe ihr seid auch bei den nächsten folgen dabei ich sage einfach mal ciao euer mal wieder